Hallo und willkommen zurück zu The Witcher 2. Ich suche noch das letzte Nest der Neckar, damit ich deren Tunnelsystem komplett zerstören kann. Hier war eins und ich vermute, der müsste in der Nähe des nächsten sein, aber... ...noch habe ich nichts gefunden. Ich glaube, hier sind wir richtig. So, mal gucken. Ich muss das Medaillon benutzen. Was gibt's denn hier? Wolfsbann. Fallen. Überreste. Ja, wo ist denn das Nest? Ich bekomme hier irgendwie auf der Karte einen Gegner angezeigt. Keine Ahnung warum. Vielleicht gegen den Überresten? Nö. Oh, da kommt noch einer. Sehe ich genauso, Geralt. Sehe ich genauso. Ich würde sie auch jetzt gerne mal zerstört haben. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Meine Güte. Wo ist das denn das letzte? Sind wir jetzt hier? Das war die Kutsche. Ah, hier. Sehr gut. Ups. Schnell die Falle legen. Ja, ich weiß, euch gefällt das jetzt immer gar nicht. Und die Explosion hat sie erschreckt. Jetzt muss ich wieder eingegraben. Damit ist der Auftrag erledigt. Hol dir bei Ludwig Merse deinen Lohn ab. Machen wir. Oh, oh, ich höre doch schon wieder was. Da ist doch noch ein Neckar. Komm her. Ich tu dir nichts. Okay. Schwert weggesteckt. Gut. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Ähm, der Mercer. Wo ist der denn jetzt genau? Ja, da muss ich noch Flotsam rein, wenn ich das richtig sehe. Was gibt es Neues, meine Liebe? Was macht der Haushalt? Du siehst weiß aus um die Nase. Ich habe die Neckar erlegt. Hier, Neckarkadaver zum Beweis, dass ich... Mir ist klar, was es beweist, Hexer. Die Belohnung ist dein. Vielen Dank. So, das hat uns Geld und 75 Erfahrungspunkte gegeben. Die Trudel. Hallo. Was gibt es Neues, meine Liebe? Was macht der Haushalt? Dann gucken wir doch mal, was wir als nächstes machen können. Die Entryagensache. Ähm. Entryagen sind wie Schmetterlinge. Gut. Sie sind hässlicher. Fliegen können sie auch nicht. Kohl fressen sie schon gar nicht. Vielleicht sind sie doch nicht wie Schmetterlinge. Aber Kokons spinnen sie immerhin. Dem Hexer kam die Idee, die Kokons zuerstören, damit die Königin anzulocken. Wenn er die tötet, war der ganze Schwarm besiegt. So ein Schmarrn. Schwarm. Und das können wir als nächstes tun. Ich hoffe zumindest, dass wir gut genug sind. Aber ich glaube... Nimm dich. Also diese Entryagenkönigin ist schwierig. Ähm. Die hat, so wie viele Gegner, einen Bereich, wo sie im Wald dann einfach nicht weitergeht. Und, ähm, ich feige wie ich bin, nutze ich das aus und, ähm, wenn es ganz knapp wird, dass ich dann immer wieder zurücklaufe zu dem Bereich, wo sie dann nicht weitergeht. Ein bisschen Energie zurückhole mir und dann kann man sie so nach und nach besiegen. Ähm. Was haben wir denn? Wir haben Bomben. Die bringen uns, glaube ich, nicht ganz so viel bei der Intriage. Jetzt gerade mal gucken. Wir haben Stichlaff fallen und Feuerbrunst. Ähm. Wir könnten auch mal das ausprobieren. Wenn ich das rechtzeitig aufstellen kann, weil die Königin ist ja doch sehr schnell. So, dann müssen wir jetzt das Waldstück wiederfinden, wo die Kokons sind. Das habt ihr vielleicht schon entdeckt. Das ist nämlich hier. Und dann müssen wir die erstmal zerstören. Und das findet die Königin erst gar nicht schön. Alle Achtung. Bäh. So. Das war Nummer eins. Ich glaube, da kommen auch schon... Oder immer. Aber manchmal kommen da die anderen Intriagen auch schon und versuchen, einen davon abzuhalten. Kann ich eigentlich mit Igni irgendwie... ...sabfackeln? Nein. Okay. Nicht wieder zumachen. Okay. Okay. So. Kokon Nummer zwei. Kokon Nummer drei. Und tadaa. Ha. Da ist die Königin. Ah. Angst. Ja. Ja. Wie ihr seht. Die ist richtig fies. Trifft einen einmal, dann sind die Hälfte der Lebenspunkte schon kaputt. Und ich hab sie noch kein einziges Mal. Ich hab sie noch kein leichter Gegner. Hm. Ich hab er gerade direkt davor gespeichert. Ich hätte vielleicht vorher diese Fallen legen sollen. Das wäre eigentlich mal eine Idee gewesen. Ich glaube, nämlich zum Fallen legen komme ich nicht. Aber es geht einfach viel zu schnell, dass die einen umrennt dann. So. Ach, nee. Die Kokons sind wieder ganz. Ach. Und die Krieger sind wieder gespawnt. Auch die Neckar. Scheiße. Bist du aber hässlich. Das heißt, wir müssen erstmal wieder hier ein bisschen aufräumen. Und dann, also, die läuft doch bestimmt mal hier drüber. Wie platziere ich das denn jetzt, diese Falle? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ähm, ähm. Das war es echt. Ich brauche mein Silberschwert. Ähm. Ach so, mit R, glaube ich. Ja, mit R. Alles klar. Damit hätten wir eine Falle. Dann mache ich da hinten noch eine hin. So, mal gucken, was uns das bringt. Ich muss mir nur merken, dass wir da... ...da zwei Fallen haben. Und dann wieder die Kokons kaputt machen. Ups. So, hallo. Lauf in meine Falle. Lauf in meine Falle. Gut. Und der ist Lauf weg. Ah. Kacke. Ich glaube, irgendwo hier läuft sie nicht weiter. Äh, ja, da. Da dreht sie um. Das ist ja echt total... Au. Oder auch nicht. Also, wie ihr seht, ich mache ihr wahnsinnig viel Schaden. Die Fallen scheinen ja auch nicht so viel auszumachen. Mal gucken. Das wird ein bisschen... Ein Stück Arbeit. Verrecke. Verrecke. Verrecke, du... Böser... Kokon. Ich probiere mal was anderes. Nein, ich... Ah. Geralt. Ich habe auch E statt R gedrückt. Och nö, da kommen jetzt noch... Das war gerade Mist. Totaler Mist. Ich gucke jetzt erstmal, ob da noch... Irgendwer was von uns will, ja. Ich bin zu alt für sowas. Geil. Meine eigene Falle ausgelöst. Grandios. Das heißt, ich werde erstmal ein bisschen warten, bis meine Lebensenergie wieder da ist. Leider habe ich sonst nicht so viele nützliche Dinge. Das noch. Silberschwert. Können wir da vielleicht... Aufwertung. Geisteröl macht hier keinen Sinn. Braunöl. Blutung. Okay. Machen wir das mal. Bonus zum Zeichenschaden 4. Können wir das irgendwo anwerten? Aufwertung mit Intriagenhaut. Rüstung. Ich glaube, bräuchte ich bei der Rüstung solche freien Slots irgendwie. Habe ich bei diesen Gegenständen nicht. Ich glaube, 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 ich glaube Ah, ich glaube, das war die Stelle, wo sie nicht weitergeht. Das ist dann die feige Variante, das so zu machen. Ich hab Angst vor der Vieh. Komm zurück. Jetzt. Jetzt hab ich ne Blutung. Lass ich mal das Irden noch benutzen. Komm her, lauf in meine Falle, lauf in meine Falle. Bist du aber hässlich. Und jetzt rückzuck, rückzuck. Grünes Zeug hat nämlich angespuckt, ja. Mist, wie. Das grüne Zeug ist ja ungesund. Muss ich jetzt mal einen Moment warten, bis ich da meine Lebensenergie wieder habe. Jetzt macht es überhaupt keinen Sinn, weiterzukämpfen. Ich könnte hier natürlich auch mal so eine Falle... ... und das Irden. Probieren wir das mit dem Irden nochmal? Sehr gut. Och, ne, hat ihr Lebenspunkte wieder regeneriert? Das ist ja kacke. Ähm, nein. Ach, ich bin ja auch blöd. Ich hätte natürlich vorher mal meditieren sollen und ein paar Tränke einwerfen. Das wäre doch mal Idee gewesen. Ach, ich bin ja auch blöd. Nein. Ach, scheiße. Okay. Das war's. Für diese Folge, beim nächsten Mal geht's weiter mit der Intriagenkönigin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.